Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 9. August. Heute haben wir dabei Google Flights, Google Suche, Amazon Fire TV, Alexa und Uber. Beginnen tun wir mit Google Flights. Das ist ja die integrierte Suche in Google, wo man günstig oder überschaubar Flüge finden kann. Also ich nutze sie mittlerweile sehr gerne. Ich habe sie noch genau diese Woche für eine Flugbuchung genutzt und in Amerika bekommt Google Flights jetzt eine Preisgarantie. Also man bekommt einen garantierten Preis und Google sagt, der wird auch nicht fallen, das ist der Preis. Und wenn er dann doch fällt, dann erstattet Google einem die Differenz. Ja, klingt erstmal wild und ich frage mich auch, warum Google das macht, außer natürlich ein bisschen Traffic auf die Sache zu bekommen. Und natürlich kann das auch nicht ewig gehen, denn selbst mit den dicken Taschen von Google wäre es ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Und das Angebot ist leider natürlich wieder nur in den USA gültig und zwar vom 13. August bis zum 2. September. Finde ich auf jeden Fall spannend und mal sehen, ob wir da noch was von hören. Die Google Suche, die hat jetzt auch für uns hier ganz toll Podcasts integriert. Also hatte sie ja im Prinzip schon immer. Man konnte Podcasts finden und auch danach suchen. Aber jetzt sind diese auch abspielbar direkt in der Suche. Ähnlich wie es bereits schon mit Videos vonstatten findet. Man hat eine eigene Kategorie Podcasts und darunter werden einem dann auf sein Suchergebnis hin entsprechend Podcasts, die passen angezeichnet. Dann gibt es einen kleinen Play-Button und das Ganze synchronisiert sich sogar. Sprich, man kann woanders weiterhören, zum Beispiel im Google Assistant oder über Google Podcasts. Und vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber wäre natürlich zu wünschen in einem anderen Browser, wenn es entsprechend synchronisiert ist mit der entsprechenden Google-Anmeldung in den unterschiedlichen Chrome-Browsern, die man vielleicht benutzt. Und Amazon, das Fire TV und YouTube, das war ja lange Zeit immer ein Hin und Her, weil Amazon und Google sich eben nicht lieb hatten. Und dann kam irgendwann YouTube zurück auf die Fire TVs, aber nicht auf alle. Und das ist jetzt auch vorbei, denn ab sofort steht die App auch für ältere Fire TV-Versionen zur Verfügung. Und ja, ihr könnt jetzt überall wieder YouTube damit nutzen. Sehr schön, war auch echt ärgerlich und nicht kundenfreundlich, was da passiert ist. Und wo Amazon schon dabei war, haben sie auch angekündigt, dass die Alexa-Ankündigungen auch auf die Fire TVs kommen. Das sind ja Ankündigungen, man spricht die halt irgendwo in ein Echo ein, sprich in ein Alexa, und dann wird die auf den Echo-Lausch-Sprechern ausgegeben, nach einem Ton. Dann kann man beispielsweise sagen, hier Ankündigung entsprechend, hier Mittagessen ist fertig. Und im ganzen Haus gibt es dann ein Ding und es wird abgespielt und das geht dann auch mit dem Fire TV. Logischerweise muss der Fire TV natürlich auch an sein, der Fernseher muss an sein. Ob das dann jetzt wirklich so mega praktisch ist, weiß ich nicht. Aber wenn man weiß, dass vielleicht im Haus irgendwo einer am Fire TV gucken ist, dann kann man den nun auch über diesen Weg erreichen. Und letztes Thema für heute ist Uber. Die haben ja Quartatszahlen bekannt gegeben, über die ich ja hier ungern im Daily immer rede, weil da kann man sich auch totquatschen. Die verlieren eine ganze Menge Geld, aber unter den ganzen Finanzdaten, die bekannt gegeben wurden, sind natürlich auch Nutzability-Daten. Und eins finde ich ganz beeindruckend, im Juli haben mehr als 100 Millionen Menschen Uber genutzt. Ja, das ist ein neuer Meilenstein für die Firma. Im Juli müsste ich auch dabei gewesen sein. Ja, ich bin ja auch großer Uber-Fahrer und ja, sie wachsen und wachsen, aber sie verbrauchen auch immer mehr Geld. Ja, also das war es dann auch für diese Woche. Ab Montag ist dann der Martin wieder für euch zuständig. Ich hoffe, ihr habt noch einen tollen Freitag und ein großartiges Wochenende. Bleibt positiv und bis bald. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.